Ich wollte von den Menschen wissen, wie kann man Strukturwandel so gestalten, dass sie da positiv drauf schauen, dass sie auf die Chancen schauen und nicht so sehr die Ängste im Vordergrund stehen für das, was man vielleicht auch verlieren könnte. Wenn man durch den Spreewald fährt und mit den Menschen vor Ort spricht, dann ist krass, dass jetzt schon so deutlich sichtbar ist, wie sehr die Klimakrise auch Auswirkungen auf dieses Biosphärenreservat hat. Hier in der Region, in der Lausitz, verändert sich unheimlich viel dadurch, dass die Kohle auf absehbare Zeit enden wird. Und gerade in den klimaneutralen Technologien, da liegt die große Chance hier für die Region. Es entstehen im Bereich Solarenergie, im Bereich Wasserstoff, im Bereich Batterie-Recycling viele neue Jobs in der Region und deswegen liegt in dieser ökologischen Transformation eine riesige Chance für Beschäftigung und Wirtschaft. Ich war echt froh, dass ich so viel positive Rückmeldung bekommen habe, dass die Leute gesagt haben, wir freuen uns eigentlich darauf, Teil dessen zu sein, was hier neu entsteht und wir sehen das als Chance. Musik 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 Musik